So, auf die Gummibärchenplätze, fertig, los. Grüßt euch. Ja, ich stehe hier vor einem, wo war denn das jetzt nochmal? Irgendwo war hier so eine komische Höhle und da war so ein Urgel, das habt ihr in der letzten Folge gesehen, der mich niedergemetzelt hat. Ich vermute, dass da noch mehrere Oger da sind, was mache ich jetzt? Und da brauche ich natürlich wieder die Unterstützung von Dandolo, der muss ja die richtigen Klamotten bekommen. Ja, dann gucken wir mal hier, wo haben wir den Wald? Ja, das dürfte es sein, da dürfte ich den Dandolo also sozusagen hier gelassen haben, richtig. So, du Dandolo, du, komm mal mit. Komm, auf geht. Aber ich will nicht, dass du mitkommst, sondern dass du auf mich wartest. Und zwar ist es nämlich bei der Sternwarte. Warte auf mich in der... Na gut. Ja, genau. Und dann werden wir uns dann auch auf die Sternwarte teleportieren. Sorry, ich habe jetzt irgendwie so einen scheiß bayerischen Dialekt drauf. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich liegt es, dass ich wieder Harry G. geguckt habe. Aber so, Dandolo ist nicht hier, das heißt, wir müssen noch irgendwie eine Nacht schlafen. Das tun wir auch mal. Da müssen wir natürlich erst mal, ach ja, mal Seren, mal einen Besuch abstatten, mal gucken, ob er irgendwie was zu sagen hat. Neuerdings weiß ich jetzt nicht. Ja, grüß dich, Seren. Wie geht's da denn? Werde Kurin ist verlassen? Okay, unter mich im Laubert. Unterrichte mich im Zauberlernen, ja. Magische Kraft, es wäre gewagt. Tja, was kann ich denn hier noch? Unterrichte mich im Zauberlernen, Feuerpfeil, Windfaust, Licht, leichte Wunden. Ja, na, das ist jetzt erst mal hinfällig. Ich habe zwar ziemlich viele Erfahrungspunkte, Quatsch, Lernpunkte. Wie viele sind es denn jetzt? Es sind jetzt, oh, so ein paar, ne? Okay. Guck mal, für den eiligen Blick gucken. Ja, bis Sonnenaufgang, das ist ganz gut. Und dann kann ich nämlich mit dem Dandolo nämlich zu dieser komischen Höhle fetzen. Der jetzt ja bestimmt unten am Eingang stehen wird. Oder liegen, je nachdem, ob er noch schläft. Ja, hallo Dandolöchen. Jetzt darfst mitkommen. Komm mit. Auf geht's. Auf geht's, richtig. Wir müssen in die Richtung. Und liebe Leute, ihr wisst ganz genau, ich überspringe das, bis wir beide zusammen gemeinsam vor dieser blöden Höhle stehen, ne? Idol sind wir schon. Der Dandolo und ich. Ja, sonst verpacke ich das nicht. Also schauen wir mal, ob der Dandolo, ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf defensiv oder offensiv, aber schauen wir mal. Der dürfte noch im Defensiv-Modus sein. Das werden wir aber gleich feststellen, wenn er... Schon wieder so ein Mist wie... Okay, er geht also defensiv dahin. Ich will auch mal mitarbeiten hier. Ah, wunderbar. So, Oga gibt's ja nichts zu holen. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal weiter rein. Oh, was haben wir hier? Ein Dunkelpilzchen. Das ist immer gut. Äh, hä. Und so wie ich mir das vorstelle, gibt's da bestimmt noch mehr Oga. Schon wieder so ein Mist wie... Ja, mach mal. Ja, das war knapp. Tja, da muss ich ja wieder ein bisschen was zu mir nehmen. Jo, das haben wir mal im Schnellmodus-Verfahren gemacht. Und jetzt speichern wir mal ab. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ganz herzlich mal wieder mich bedanken bei euren Kommentaren. Für eure Kommentare. Und bei meinen Kommentatoren. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie aus. Und hier braucht es einen Schlüssel für. Mhm, vielleicht hat er einen Oga einen Schlüssel. Nicht zu plündern. Obwohl immer was nicht zu plündern ist. Ja, die Kommentatoren. Beziehungsweise die Kommentare, die waren ja ein Hinweisgebend für mich. Und das finde ich auch gut so. Und auch nicht zu viel. Das ist auch gut so. Von wegen, weil ich ja doch den Kilian suche. Aber wir sind jetzt hier in einer ganz anderen Stätte. Also hier in so einer Höhle. Und dass es eine Höhle ist. Das wollen wir mal eben kurz mal beweisen. Hallo. Dandolo, wir müssen leise sein. Hier gibt es bestimmt noch viele Oga. Herrlich. Na, da hinten ist doch schon wieder einer. Na gut, okay. Okay, genug Hall-Effekt. Kann ich an meinem Mischpult eh wieder ausschalten. Und widmen wir uns wieder den ernsteren Dingen zu. Wie zum Beispiel Ernst Oga. Ernst Oga August. So, wie viel ist er denn jetzt getroffen worden, der Oga? Bevor ich irgendwie was von ihm abträge. Ja, ich möchte auch mal was machen. Super. Da ist er. Kein Schlüssel? Nein, kein Schlüssel. Wahrscheinlich kriege ich den Schlüssel von woanders her. Bestimmt. Bestimmt. Ach ja. Ja, ich renne. Das ist... Ach ja, Vegan Baldering. Der hat ja auch noch gefragt, wie ich den Ring der Geschwindigkeit kriege. Oder wie er den kriegt. Ja, ich speichere mal lieber ab. Das habe ich ihm ja in den Kommentaren geschrieben. Da gibt es Hinweis, Zettelchen. Und dann gibt es noch eine Höhle. Da gibt es noch eine Höhle. Wo bist du denn? Der ist er ja. Okay. Der letzte Hieb gehört mir. Und irgendwo in der Höhle findest du dann den allerletzten Zettel. Und wie auch in meinen Kommentaren geschrieben, brauchst du ein Schmiedetalent. Aber das hast du wahrscheinlich in den Folgen schon gesehen. Hm. Und hier gibt es wieder sehr viele Bergkristalle. Warum denn so viele Bergkristalle? Naja, ist gut für... Aufrüstung. Aufrüstungen. Mein Gott, ist das... Das ist so schnell irgendwie. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man die ganze Zeit so rumfetzt. Wenn ich die Shift-Taste drücke, ja, dann mache ich hier einen auf Catwalk oder was. Jut. Dunkelpilze. Nochmal Dunkelpilze. Sandolo ist dabei. Bleibt bei mir. Das ist gut so. Ja, haha. Was ist jetzt das hier wieder für lustige Höhle? Ach, schade. Ich wollte eigentlich in die Luft gucken. Um zu gucken, wie hoch die ist. Ja, die ist schön hoch. Okay. Ah, ja, ja, ja. Gucken. Was gibt es hier? Immer nur Bergkristalle. Na, das wird mein Dorfschmied. Ich habe einen Dorfschmied hier bei uns im Dorf. Er macht sowas mit Kristallen. Ah, der ist schweineteuer. Ich wollte mir immer schon was Gothic-mäßiges von ihm schmieden lassen. Mal gucken. Vielleicht gibt es einen Freundschaftspreis. Dann kann ich das irgendwann mal zeigen. Ähm. Ah. Das ist wieder so unübersichtlich. Ah, es geht hier rum. Okay. Und hier geht es auch noch irgendwie rum. Was mache ich denn jetzt? Speichern. Tja, äh. Da rum. Also von da sind wir gekommen. Hier geht es auch weiter. Gucken, wo es da hinten hingeht. Aha. Hier liegen immer Bergkristalle rum. Mhm. Ah, nicht so schnell. Naja, das ist alles Textur. Bodentextur. Nicht zu verwechseln mit Bergkristall. Vielleicht da einer. Nee. Ah, deswegen. Oh, da unten. Was ist jetzt das? Troll und noch mehr Ogre. Trollogär. Das heißt also, wieder zurück. Wie sieht es denn mit dir aus? Sag mal. Hm. Bist ein bisschen angeschlagen. Dann Dolo. Habe ich eben echt scheiß bayerische Dialekt gesagt. Das tut mir leid. Ich meine, ich habe nichts gegen Bayern. Überhaupt nicht. Ab und zu bin ich mal da am Tegernsee. Bin am Bräustubel. Da gibt es ein leckeres Bierbratli und ein Tegernseer Helles. Ja. Schmeckt schon. Aber so viele Touristen, Leute. Oh, Bayern. Irgendwie macht das auch keinen Spaß mehr. Da unten am Tegernsee. Das kann man nur machen, wenn man wirklich hartgesotten und schweinisch ist. Äh. Yep. Sollte ich mal wieder. Warte. Eine Kumrum-Kurverei hier. So. Kann ich diesen Stein bewegen? Dann klatscht er vielleicht auf die Ogre. Nee, kann ich nicht. Wir sind hier nicht bei Lara Croft. Flora Soft. Was? Nein. Clara Soft. Clara Soft. Oder wie die heißt. Ja. Jetzt sind wir hier unten angekommen. Und da unten gibt es ja wieder einen trolligen Troll. Und äh. Ja. Ich würde mal sagen. Bis hier hin. Und äh. Hohohoho. War ja. Das sind aber viele Trolle. Nein. Nicht Trolle. Ogre. Eins, zwei, drei, vier. Und dazwischen ist auch noch einer. Vier. Fünf, sechs, sieben. Also Leute. Was ist denn hier los? Die kriegen wir doch gar nicht hier zusammen weg hier. Hier Dandolo. Hast du das gesehen? So viele Trolle. Äh. Da müssen wir uns was überlegen. Ganz spontan erst mal gucken. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Ganz spontan erst mal gucken. Ich möchte doch sicherheitshalber mal dem Dandolo ein Getränk zu versuchen geben. Und zwar unter dem Namen Mango Bango. Dabei handelt es sich um reinen puren Zitronensaft. Oder? Reicht es jetzt? Ne. Hat nicht gereicht. Naja, dann geben wir ihm noch mal was besseres. Und zwar Elixier der Heilung. Hier, nimm den Heiltrank. Damit wir gut vorbereitet sind. Und wenn wir uns, wenn es uns doch dahin rafft, dann, ähm, kann ich ja nochmal von vorne anfangen, nicht wahr? Äh, dann Dolo. Ja, wie viel? Ja, nicht runterfetzen. Scheiße. Dann ist er auf defensiv. Ne, auf offensiv. Äh, okay. Er klemmt jetzt darum. Die klemmen dort. Und ich klemme fast die auf. Äh, 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 jetzt versucht er mich auch. Das ist doch jetzt... Ja, das wird nix. Den krieg ich eh nicht, den Boga. Der haut mich kaputt. Und Dandolo, sie umzingelt, der bringt also nichts. Na, weiter überlegen. Das wird schwierig. Ja, also ich hab Dandolo wieder auf defen... Ne, auf offen... Ne, auf defensiv gesetzt und ihm eine bessere Waffe gegeben. Und zwar hatte ich nämlich noch so ein... So ein... Moment, was hatte ich ihm gegeben gehabt? Ach, hier, das. Davon hatte ich zwei. Ein orksisches Gliedschwert, das ein bisschen besser ist. Jetzt springe ich mal hier drauf. Das ist wieder so ein Mist. Na, und dann... Du sollst doch nicht runterspringen. Das hat doch sonst auch immer so gut geklappt. Jetzt springt der Heinz da runter. Ja, toll. Ist er denn hier klemmen geblieben, oder was? Mann, oh. Weiß nicht, wenn ich jetzt auch da runter... Ja, da ist er. Aber die machen nicht, die Orks. Die machen nichts. Guck, vielleicht kann ich ja von... Hier mal ein bisschen was machen. Auf welchen Oga schieße ich jetzt drauf? Naja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dandolo da in der Ecke überleben sollte. Oh, hier ist er noch. Also jedenfalls nach diesem Prinzip würde ich ganz gerne weiterverfahren. Und da es ein bisschen längerwierig wird... ...denke ich mal... ...wird das wohl ein bisschen dauern. Was? Will der hoch? Die kommen hier hoch. Was ist jetzt mit dem Dandolo? Lebt der noch? Der lebt noch. Also ich kann ihn noch erkennen, so ein bisschen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich werde dann hier mal weitermachen mit dieser langfristigen Strategie. Vielleicht können wir sie ja noch ein bisschen dezimieren. Dann habe ich mal die Seite gewechselt. Und versuche dann halt eben da mein Gutes. Aber die greifen meinen Dandolo nicht an, der hier irgendwo versteckt ist. Also irgendwo ist der ja da. Da ist er. Ah, okay. Der hat auch bis jetzt noch keinen Schlag abgekriegt. Okay, wir werden sehen, wie wir weitermachen oder wie wir weiterkommen. So, das hat bis hierhin ganz gut geklappt. Dandolo wirkelt noch ein bisschen rum. Die anderen sind gar nicht mehr aktiv. Hier liegen ein paar Ölgötchen rum. Also haben wir diesen Bereich hier schon mal gecleared. Das ist cool. Abgespeichert habe ich, glaube ich, schon. Und dann schauen wir mal, der Dandolo irgendwie doch noch zu mir kommt. Nee. Der läuft ja noch wild umher. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen hier runterballern. So, okay. Jetzt stehen wir hier. Dandolo ist jetzt auch wieder im Follow-Modus. Richtig. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier hinkriegen. Also raus aus dieser Gefahrenzone. Dandolo, komm. Was liegt da? Du bist Soldat. Ja, ich wollte den Gletscherquartz haben. So. Gehen wir erstmal hier rum. Schutz vor dem Stein. Dandolo, komm mal mit. Genau. Genau, richtig. So. Und die reagieren irgendwie gar nicht. Hm. Testen wir es mal. Indem wir mal langsam vorausgehen. Aha. Dandolo zieht die... Oh. Wir haben einen Weg. Okay, der nächste kommt. Ah. Nicht Dandolo treffen. Okay. Gut. Okay, dann sind die... Haben die hier kein Herdenverhalten. Das könnte zu schaffen sein, liebe Leute. So, mal vorsichtshalber abgespeichert. Ja, Dandolo, wenn das so weitergeht, dann können wir ja ganz lustigst weitermachen. Schon wieder so ein Mist wie... Ähm. Sicherheitshalber die... Oh. Jetzt habe ich natürlich meinen Ring wieder. Nicht... Ah. Dandolo, komm zu mir. Habt ihr mich noch so einen blöden... Aha. Nichts holen. Zusammen schaffen wir das. Gut, dass der Dandolo immer lecker was trinkt. Ja, und so dezimiert sich das. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergehen sollte. Okay. Ah, da ist noch ein blöder Troll dabei. So, Dandolo, zieh doch mal deine Waffe. Und wieder so ein Mist wie. Ja, sehr gut. Dann wieder zwei von der Sorte. Boah. Und daneben springen. Und dann Dandolo. Ist noch beschäftigt. Okay. Oh, auf den darf ich... Auf gar keinen Fall. Ja. Glaube. Okay. Dandolo, komm jetzt erstmal hier mit, damit ich was trinken kann. Genau wie du. Ist ja spannend. Wo sind meine Getränke? Oh, nicht mehr so viele. Aber es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Ach ja. Oh, ihr glaubt nicht, wie angespannt ich bin. Okay, wie viele Oga sind es denn noch da? Morgenstern, Bergkristall. Ja, schön. Okay. Müssen wir zusehen, dass wir nicht unbedingt da den Troll anlocken. Dass wir hier auf die linke Seite gehen. Da gucken auch schon gleich wieder welche. Dass wir erstmal hier die Flanke kaputt machen. Wenn nicht eigentlich noch. Ja, ich kann ja noch. Ich habe ja keine Waffe gezogen. Oh, weia. Dandolo. Schon wieder so ein Mist wie... Oh, gleich drei Stück. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Wie teilen die sich denn auf? Aha, die teilen sich so auf. Mhm. Dann gehen wir mal hier hin. Zu Dandolo. Oh, war ja auf. Oh. Ah. Auch ein seltenes Bind. Die drei sind auf mich fixiert. Bin hier auf den Felsen geflüchtet. Dandolo steht mit gezogener... Hallo? Mit gezogener Waffe da rum. Ich hoffe, dass ich die hier killen kann. Aber das werde ich dann überspringen und dann zeigen, ob ich sie gekillt habe. Jawohl. Oh, nein. So, das dürfte hoffentlich klappen. Nein, hat nicht geklappt. Denn Dandolo hat es noch zerwischt. Scheiße. Sorry, dass ich jetzt so spät im Kampf eingeschaltet habe. Ich habe nämlich folgendes gemacht. Ich habe auch einen abgekriegt. Ich habe nämlich einen Eissbruch. Zweimal, dreimal... Ne, zweimal wirken können. Nachdem hier ich die Oga angelockt habe zu Dandolo. Dandolo geht es gut. Mir geht es nicht so gut. Das heißt also, mal im Schnellverfahren was zu uns nehmen. Denn speichern wir mal auch gleich ab. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ja zuerst hier mit den... Mit Pfeil und Bogen versucht, die Oga zu schwächen. Bin aber noch irgendwie abgerutscht. Und dann haben sie mich gehabt. Und Dandolo auch. Also, das ist jetzt nicht unbedingt mein zweiter oder dritter Versuch, Leute. Nein, das ging schon ein bisschen länger. Und zwar eine halbe Stunde. Ja, dann jetzt haben wir noch diesen lustigen Berger-Trollet. Ne, Höhlentrollet. Da ist noch ein Höhlentroll. Kriegen wir den hin, Dandolo? Man macht wieder den Breiten. Dandolo ist auch nicht so... ...erfrischt. Was ist jetzt mit dem Troll los? Okay. Wieso bewegt er sich nicht? Ja, oder so. Hey, Drollinger. Gucken. Er bewegt sich nicht. Kann ich ihn denn anschlagen? Auf den Popo hauen? Naja, geht. 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 Oh, der darf nicht nach hinten fallen. Busch. Was haben wir denn hier? Wieder die üblichen Verdächtigen. Dandolo, kannst du mal was trinken? Jetzt haben wir hier die Ecke sozusagen richtig gut abgemetzelt. Oh, weia, weia, weia. So, was haben wir denn? Was? Oder wer ist das? Theophil! Ach, du liebes Lieschen, stimmt ja, der Theophil. Da habe ich auch noch Zettel von ihm. Corinne ist Teleport zur Oger. Ah, dann sind wir hier in der Ogerhöhle. Was? Erzamulett des suchenden Irrlichts. Hä? Hä? Ich habe einen Verdacht. Leute, das hat sich gelohnt. Mann, oh Mann, anderthalb Stunden, eine Notiz des toten Theophil. Anderthalb Stunden habe ich hier gebraucht, bis ich hier hingekommen bin, also mich hier durchgekämpft habe. Da hinten haben wir ja auch noch ein paar Piepels. Ja, dann gucken wir uns doch mal den Theophil an. Also hier habe ich die zweite Nachricht von Theophil. Die dritte Nachricht, die hatte ich schon vorher gehabt. Eine Notiz des toten Theophils. Okay, dann war es das. Ähm, lesen wir mal. Bruder Nefarius, erst vor kurzem Schlüsselteleportstein erhalten. Okay. Äh, erst vor kurzem habe ich einen eurer Briefe gefunden. Ich hatte mich verirrt und auch den Weg zum Druiden Kilian nicht mehr finden können. Ich habe aber noch eine Höhle gefunden, die mich vielleicht nach Jakenda bringen wird. Theophil. Aha, was gibt es denn jetzt hier für eine... Was war denn das jetzt für eine, für eine, für eine, für eine Quest jetzt? Muss ich gucken. Okay, ich habe es gefunden. Erfüllte Mission der vermisste Wassermagier. Ich habe Theophil gefunden. Die Ogre haben ihn in ihre Höhle umgebracht. Ach, Theophil wollte hier einen Weg in das unbekannte Gebiet finden, das er Jakenda nennt. Warum er aber diesen Brief geschrieben hat, ist mir nicht klar. Aber vielleicht wollte er diesen an irgendeinem Ort hinterlegen oder das Schreiben den Ruinen übergeben, damit dieser es an Nefarius weiterleitet. Aber dazu ist er nicht mehr gekommen. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier für lustigste Geschichten. Irgendwas mit Amulett des Irrlichts. Das war doch das bestimmt, was mir irgendwie zeigt. Was haben wir denn hier? Amulett der Priester. Hier, Erzamulett des Suchenden Irrlichts. Was muss ich denn da hier? Stärkebonus aufgeben. Aber ich gucke mal eben, wenn ich das mal anlege. Wir suchen einen Irrlichts. Okay, das heißt... Was heißt denn das jetzt? Was sucht es mir denn? Such mir etwas. Such mir etwas. Das ist ja klasse. Such einfach alles, was du finden kannst. Ich brauche Nahkampfwaffen. Folge mir einfach. Such mir alles, was du finden kannst. Schön. Er summt. Okay. Hat wahrscheinlich jetzt noch nichts gefunden. Folgt mir erst mal. Weil hier nichts in der Nähe ist. Ach, wie ist das? Wie ist das stark? Das hat mir auch Alain Defond geschrieben. Dass irgendwann mal... ein Irrlicht behilflich sein wird. Ach, da ist dein Dolor. Ich dachte schon. Nach Items zu suchen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich speichere mal lieber ab, bevor mir irgendwas abhaut. Dann hatte ich ja noch ein paar Steinchen gekriegt. Also eins auf alle Fälle. Eine Rune. Gucken. Was haben wir denn hier für Runen? Das müssten die Unbeschrifteten sein. Jetzt haben wir hier so viele Drohnen zum alten Wrack. Rüchtlingsnager Norden. Leuchtturm. Kloster. Ogerhöhle. Ah, cool. Okay, die sieht so aus. Muss man sich auch mal einprägen. Oger Steinkreis kennen wir schon. Pascorin ist Teleport Pyramide. Korin ist hier zum Steinkreis Ritualwald. Hafenstadt. Und was haben wir hier unten noch? So Taverne. Und Xalas Turm. Okay. Sehr schön. Ja. Mal kurz ein Checkup gemacht hier beim Spiel. Und jetzt. Hehe. Jetzt müssen wir auf die andere Seite hin. Das Irrlicht ist auch da. Das habe ich mal einfach mal. Ich glaube, das werde ich doch wieder ablegen. Das Amulett. Das hat mir eine Stärke hier weggenommen. Also, zack. Und Lebenskraft der Kraft. Jetzt ist es weg. Gut, okay. Dann schauen wir mal. Weil da hinten sind nämlich auch noch ein paar Piepels. Verlustig sitzende Oger. Jetzt sind sie. Jetzt haben sie sich hingesetzt. Und wie es halt eben immer so ist. Ich muss einfach mal probieren, wie die reagieren. Wie man die herauslocken kann. Falls die herauszulocken sind. Hier zum Beispiel. Da sind zwei ziemlich nah. Dann werden wir das sowohl von der Seite machen. Komm. Oh, Dandolo hat aber wirklich nicht viel mehr. zu Lebenskraft. So. Wie viele sind es denn? Zwei. Und da hinten ist auch noch einer. Es sind drei. Ach du liebes bisschen. Mal gucken. Was? Drei oder vier? Ja, vier Stück. Das schaffen wir alles nicht. Herr jemine. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Wir sind damit zu gut beschäftigt. Und ich habe wieder einen abgekriegt. Ah, ist doch kacke hier. Ja, shit. Naja, war klar. Yep. Ja, wie geht es weiter? Ich werde dann Dolo erst mal irgendwo auf eine Reise schicken. Egal eigentlich wohin. Weil ich denke mir, dass er dann sowieso stehen bleibt. Warte auf mich. Wohin? Na, sagen wir mal hier wieder mal die Sternwarte. Na gut. Er geht dann los, bleibt aber stehen. Warum mache ich das? Ähm, ich habe folgendes vor. Und zwar werde ich alleine da hinten im Fernkampf die restlichen Oggi-Oggis da mal platt machen. Aber so nicht. Wollte eigentlich schon hier auf den Weg rufen. Na komm her. Dann springe ich mal hier rüber. Bring doch mal rüber. Richtig. Und ich... Oh, es ist der Stoiber da rum hier. Und dann schaue ich mal, was ich machen kann. Und wie schon gesagt, wenn das klappt, was ich denke... Okay, die bleiben hier ein bisschen stehen. Das ist gut. Also wenn das klappen sollte, dass ich es halt eben hier auf diese mühselige Art und Weise... Ja, ich bin noch nicht der große Magier. Aber so wie es aussieht, sieht das ganz gut aus. Bleibt denn auch dein Dolo drüben stehen? Der bleibt da drüben stehen. Okay. Oh, jetzt haben wir sie unter die Hütte. Ja, schreit nicht so widerlich. Unter die Hütte getan, aber gehen wieder zurück. Also wie schon gesagt, wenn das Erfolg hat, blende ich mich wieder ein, zeige dann die Toten Rögerches und bis gleich. So, sie dezimieren sich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dein Dolo was gemacht hat. Weil nämlich ein Pfeil irgendwie aus der hinteren Ecke flog. Also von rechts von mir. Hey, das könnte klappen. Also, gucken wir mal. Zap. Zap. Aha, immer wenn ich einen treffe, dann gehen sie wieder unter die Hütte. Alles klar. Also, weiter geht's nachher. Ist das jetzt der Letzte? Weiß es nicht. Da hinten sind natürlich noch welche um Lagerfeuer. Also wie es aussieht, könnte es da echt der Letzte gewesen sein. Wollen wir uns das mal aus einer anderen Perspektive betrachten? Falls hier noch welche sein sollten. Nein, es war in dem Bereich der Letzte. Sobi. Ja, jetzt geht's natürlich nur noch um die anderen da hinten. Am Feuer. Am Vier, Moment. Am Vier, Vier. Was haben wir denn hier? Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Na, da kümmern wir uns später drum. So, dann holen wir uns die hier mal an. Genau, richtig. Und machen hier wieder einen auf. Hochklettern. Oh Gott, der Tandolo, der hoffentlich war. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Jump. Formale. Jump in. So, dann warten wir, bis sie wieder zu uns gekommen sind. Und dann machen wir auch nie wieder platt. Mittlerweile haben sie sich hier eingequetscht. Nachdem sie so wild umeinander gelaufen sind. Herrlich. Na, kommt Zeit, kommt Oger tot. Leute, die letzten Schüsse noch. Und dann ist auch dieser Oger. Na, zaut er noch ab, oder was? So, los. Weil, das ist ja auch erledigt. Oger, Höhle, Geh, Seubert. Ja, Servus. Und wo ist jetzt Dandolo? Hoffentlich ist er nicht im Arsch. Äh, sorry. Oh Mann. Dandolo, wo bist du? Dandolo ist hier nicht mehr. Nur noch ein Pfeil von ihm. Oh, weia, 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 weia. Okay, ich reinige mal hier, oder hebe mal hier den ganzen Schrott hier auf. Vom Boden. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, bin ich denn deppert? Ihr habt doch das Suchen, die Irrlicht, habe ich doch. Wo bist du denn? Ah, hier. Zack. Zack. Warte mal. Such mir etwas. Such mir etwas. Und zwar such einfach alles, was du finden kannst. Such mir alles, was du finden kannst. Ja, schön. Irrlicht. Sum, sum. Sum, sum, sum. Ah. Ist ja schön. Okay. Haha, schön. Ober-Morgen-Stern. So, und wenn ich jetzt alles hier aufgelesen habe. Aha. Also Leute, klasse. Ich kenne das ja schon irgendwie aus... Äh, wo bist du denn jetzt hin? Ach so, aus einer anderen Modifikation, aber... Okay. Ach, hier haben wir wieder. Ober-Morgen-Stern. Was haben wir hier noch? Kiste mit verschiedenen Geschichten drin. Gletscher-Quarz. Das mache ich später mal auf. Bergkristall. Es redet mit mir, ne? Ja, süß. Und eine Truhe mit Bergkristallen, Gletscher-Quarz-Schwebeln und Pech. So ein Glück aber auch. Ach, ich hätte ja Springtaste nehmen können. Alternativ. Jetzt gilt es da hinten nur noch diesen blöden Troll zu erledigen. Ich habe mich mal voll gefuttert und meine Golem... Ach, jetzt habe ich wieder hier... ...diesen blöden Ring... ...nieder anzulegen, weil ich nicht mal rennen tue. So, also. Oh, hoffentlich. Oh, das geht es gut. Lutz. Hau drauf. Jawohl. Fertig. Haha, Höhlen-Troll. Ja, wo ist mein Ehrlicht geblieben? Das hat sich, glaube ich, verpinkelt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Okay. So wie es aussieht, gibt es hier noch eine Höhle, liebe Leute, liebe Zuschauerinnen. Und Sie, liebe Zuschauer, ich werde mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch einen guten Tag. Schreibt einen Kommentar, gebt ein Abo und einen Daumen. Und wir sehen uns wieder. Tschüssi. Also, wir sehen uns wieder. Bye. Tschüssi. Vielen Dank.